Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von Lego Star Wars die Skywalker Saga und wir reisen jetzt nach Dragoba denn dort müssen wir auf den Jedi Meister Yoda treffen und ja wir gucken auf ihn wirklich treffen werden ich habe keine Städte oder technische Einrichtungen registriert habe eine massive Anzeige von Lebensform irgendwas lebendiges muss dort unten sein hä wo denn wo ist ach da ah da ist Meister Yoda ach du holy shit was ist denn das für ein großer Planet Dragoba heilige scheiße okay dann würde ich sagen let's go fliegen wir dorthin machen wir sowieso schon da 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, toll! Ja, du musst auf Luke hören, ja? Okay, dann müssen wir ein Lager aufschlagen. Was ist das denn? Hm. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen Kräfte, ne? Ja, ja. Und wir haben keine. Warte, 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 was ist das denn? Kommen wir dorthin? Kommen wir dorthin? Ja. Ähm, hallo? Scheint, als ob der Bewohner gerade nicht zu Hause ist. Schlagen wir unser Lager auf. Ach so, äh, 3C3PO kann ich nur verstehen. Ja, gut. Den haben wir jetzt nicht. Das müssen wir dann, ähm, wie schon gesagt haben, free to play. Ähm, free to play, klar. Ähm, freien Spiel uns anhören. Ah, okay. Ja, wir müssen ein Lager aufschlagen. Mehr können wir nicht machen. Was ist das denn? Warum rennt er da rum? Das ist eine Spinne. Nee, doch nicht. Äh. Okay. Hm. Hm, bringt nichts. Naja. Hätte ja sein können, ne? Offensichtlich hält das die Insektoiden ab. Insektoiden? Ja. Jetzt muss ich nur noch diesen Yoda finden. Der überhaupt existiert. Entweck deine Waffe. Kein Neid will ich dir zufügen. Ich suche einen Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda. Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung. Und erweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird es lernen, Geduld zu üben. Oh, Yoda. Bereit ist er nicht. Doch, ich bin bereit. Ich kann ein Jedi werden. Ben, sag ihm, dass ich bereit bin. Bereit bist du? Von bereit sein. Was weißt du davon? Um ein Jedi zu werden, trainieren, üben, lernen, du musst. Okay. Womit fange ich an? Zuerst, diese einfache Prüfung bestehen, du musst. Ja. Die Kraft fließt einem Jedi von der Macht zu. Aber hübe dich von der dunklen Seite der Macht. Neue Höhen erreichen, du wirst. Neue Höhen erreichen, du wirst. Komm her, Stein. Ähm, Stein. Die Steuerung mit den Legosteinen, das ist doch hier. Also ich weiß nicht, wer die sich ausgedacht hat. Ausgedenkt. Naja. Das, äh, ja. Ich verstehe es nicht. Äh, ähm, ja. Zock. Okay. Okay. Mehr werde ich heute dich nicht lehren. Von allen Fragen befreie deinen Geist. Wartet. Irgendwas stimmt nicht. Jener Ort dort. Von der dunklen Seite der Macht ist er erfüllt. Dem Reich des Bösen gehört er an. Dorthin musst du. Dann würde ich sagen, gehen wir dort rein, ne? Easy. Easy going. Ui. Ja, 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 ja. Warte doch. Ich kann ziehen. Hm, was müssen wir hier machen? Ach, das ist eine Zeit schaffen, okay. Perfekt. Geschafft. Ja, damit. Jawoll. Hm, damit müssen wir auch irgendwo, das muss auf jeden Fall irgendwo hin. Aber ich weiß nicht, wo. Hm. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Höhle. Ist das normal so, die Grafik? Dass so alles verschwommen ist? Ich habe keinen Plan. Das ist hier. Ähm. Das ist hier. Ähm. Aua! Gut, noch nicht. Jetzt weichen wir mal aus. Ich wollte ausweichen. Ja, da hast du recht. Okay. Oh, ich komme weg, ja. Sehen Sie? Wir sind gerade oben. Also weg hier. Klar für Lichtgeschwindigkeit? Das ist nicht fair. Wir müssen uns irgendwo einen sicheren Zufluchtsort suchen. Bespin, ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen. Okay. Die sind ja immer noch hinter uns her. Ich hoffe, dieses Bespin ist so sicher, wie Sie behaupten. Nur die Ruhe, Prinzessin. Ich kenne da jemanden, der sich um uns kümmern wird. Identifizieren Sie sich. Haben Sie eine Landeerlaubnis? Nein, ich habe keine Landeerlaubnis. Ich möchte zu Lando Calrissian. Okay, wir wollen zu Lando. Plattform 327. Seht ihr? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir sind echt alte Kumpel, Lando und ich. Wer macht sich hier Sorgen? Keiner macht sich Sorgen. Lul. Ah, Ertare. Ertare. Hey, wie geht's dir denn, du alter Pirat? Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin C3PO. Oh. Sie gehören wahrhaftig zu uns hier. Nun, er wirkt ganz freundlich. Ja, sehr freundlich. Erzähl schon, was willst du hier? Naja, Reparaturen. Ich dachte, du würdest mir vielleicht helfen. Was hast du mit meinem Schiff gemacht? Dein Schiff? Soweit ich mich erinnere, hast du es in einem ehrlich fairen Spiel verloren. Es ist der Hyperantrieb. Okay, meine Leute können sich gleich an die Arbeit machen. Würden sie eine kleine Erfrischung mit mir einnehmen? Warte, bevor wir da reingehen, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wenn es dir natürlich gefallen hat, also wenn es dir natürlich gefallen hat, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dann eine Bewertung da lässt. Oder wenn es du eine Bewertung da lässt, wenn es du einen Kommentar da lässt oder wenn du auch meinen Kanal abonnierst. Wie gesagt, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich würde sagen, euer Bastis raus und bis zur nächsten Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga, hier auf meinem Kanal. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.